Ja, sieht gut aus. So, jetzt rückwärts und gerade. Hey my friends, was geht? Coversource ist am Start. Wir sind mal wieder auf dem Bike. Ich hätte mir lieber mal lange Socken anziehen. Ich bin eigentlich nur mit Sneakers. Alter, das ist ja doch ein bisschen fresh. So, zwei Minuten. Die muss hier irgendwo sein. Wir sind jetzt auf der Suche nach meiner Frau. Ich habe jetzt die Daten von meiner Frau angegeben. Wo bist du denn? Frauchen, wo bist du? Heute sind wir auf dem Weg zum A10 Center. Ein bisschen auf der Autobahn ballern. Ballern in Anführungsstrichen. Da ist er. Da ist er. Oh, 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 oh. Oh. Isst du das? Nein, es ist ein anderes Auto. Oh, 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 oh. Mann ey. Das hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. schnell schnell ich hatte auf dich gewartet bis dann einfach vorbei ich hab sie gefunden ich habe sie gefunden ich komme ich bin auf dem weg wo wollen wir denn hin wo wir land und wirtschaftsverkehr frei da stand aber was mit wirtschaftliche landschaftsfahrzeuge frei ich hoffe kommt jetzt keine polizei dann kriegen wir hier doppelt die mobilärger ihr könnt ja mal in den kommentaren schreiben wie ihr meine stickers findet wir machen ja die stickers selber ist und meine frau macht die selber ganz schön flippt mädel geht doch mal weg ok ich sag ja mit familie unterwegs ist das anstrengend das ist echt anstrengend hier musst du was mit vielleicht haben irgendwer probleme da hinten eins meiner kinder also 30 brauchst du in die fahne ja komm püppi fahr mal jetzt hier 80 jetzt müssten wir aber so langsam aber da sein es wird bestimmt mega voll sein schon im wald ist es ganz schön frisch ich habe mir heute sneakers angezogen weil ich dachte naja 22 23 grad aber an dem wehne ist ganz schön frisch wir sind ja jetzt auf der landstraße könnten wir doch eigentlich probieren ob das funktioniert ob sie grüßen grüßt auch mal die motorradfahrer oh nein wir sind schon da wir hätten schon viel viel früher anfangen sollen das ist so ein kack ey oh man ey da da du musst aber weiter rüber der kriegt die tür dann nicht auf ja weil er sich hier so kacke hingestellt hat der hat sich so kacke hingestellt der hat sich genau in der mitte hingestellt dann stell dich neben mir neben mich mein ich doch so lang so lang was machst du denn fahr doch weiter vor ja die stand ja gerade ja die laufen doch gerade so jetzt rückwärts ran ey ich lobe das nicht ich lobe das nicht hier rüber ist ja peinlich du musst weiter rüber schatz die kriegen die tür nicht auf ja sieht gut aus so jetzt rückwärts manchmal nicht voll und gerade gut gut wie du hast nichts gemacht die macht nie was die macht nie was so jetzt sind wir auf dem weg nach hause nehmt euch noch ein bisschen mit man ist ja so kurvenreich hier wo will sie denn jetzt wieder hin ab in den wald juhu hupe geht probier mal licht was ist denn da los fährt er denn nicht warum ist denn da so voll na Gott sei Dank müssen wir auf die andere seite oh Gott der Söhne nee hätte ich jetzt gar keinen nerv oh nein die ist auch voll oh nein die ist auch voll oh nein hey boys grüß hallo jawoll 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 ja das liebe ich autobahn baustelle oh Brudi Brudi abonniere meinen kanal und lass ein like da na da muss aber hören das wird wieder oh uch Prank tat 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 zuhine es kamal zuh, sohLet ich glaube mein schnüller sieht man oh man ist das schön machen wir jetzt die passanten grüßen? hallo? ne, er wollte nicht er wollte nicht, oh noch ein boy und das ist eine ninja ne neuner oder ne 600er schön langsam außen in die kurve ich möchte gerne mein auto aufnehmen hallo, siehst du mich? komm her super super noch ein boy, jawohl, juhu hallo, 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 fly, fly, du win in diesem sinne René Ballard und tschüss und tschüss in 3, 2, 1 wenn euch das video gefallen hat, lasst gerne einen daumen nach oben da besser noch abonniert meinen kanal, dass ihr auch meine videos nicht verpasst in diesem sinne René Ballard und tschüss siehst du mich siehst du mich siehst du mich siehst du dich ich Untertitelung des ZDF, 2020